Ja, warum treffe ich den denn da nicht? Ist ja nur der Fels-Transparent, oder was? Das war auf jeden Fall nicht mein Fehler. Was ich den da nicht getroffen habe. Also jetzt scheinbar niemand mehr da. Dieser rote Ring... The Red Ring of Death... ... ist nicht mehr ums Radar drum. Das bedeutet, dann ist es keiner mehr da... ... der nach mir sucht. Aber hab ich gerade irgendwas gehört? Oder war das nur die... ... des Holz, das geknarzt hat? Da ist niemand. Ich traue der Sache nicht ganz. Wie hell ist es hier? Och, stockdunkel. Stockfinster. Oh, da... da ist jemand. Da oben ist auch noch einer. Okay. Ich müsste diese beiden... Ja... Bleib stehen, bleib stehen, komm. Oh, cool. Ist tatsächlich stehen geblieben. Na gut, einen doppelten Kopfschuss kriege ich nicht hin, aber... ... einen doppelten Kill trotzdem. Sehr schön. So, jetzt noch der da oben. Verdammt, er hat bemerkt. Hatte aber keine Zeit, Alarm zu schlagen. Sehr schön. Sieht schön aus hier. So, in dem... ... Licht hier. So, geht es hinten weiter? Oder da? Ah, hier ist zu. Okay. Was gibt es hier noch so... ... Schönes? Nichts. So. Ist hier hell genug, oder? Nicht wirklich, nee. Sieht so verdammt hell aus, ist aber so... ... in Wahrheit so verdammt dunkel. Oh, ein Pool. Wie schön. Ich muss da hoch wohl. Okay, noch so ein Telefonierender. Oh, da oben läuft einer auf dem Dach rum. Ein Scharfschütze. Erstmal den hier, dann den Scharfschützen. Oh, der hat ein Nachsichtgerät. Das ist ja... Oh mein Gott, der blinzelt noch. Seht ihr das? Der ist tot. Hey, du bist tot, Mann. Auf zu blinzeln. Ach so, Scheiße. Okay, Wind... ... Entfernung, 82 Meter. Wind von links, 4 Meter die Sekunde. Sehr schön. Versteckt. Hier scheint niemand mehr zu sein. Ich spring jetzt in den Pool. Hoffen, dass du nirgends frei hast, der mich entdeckt. Wuhu! Blum. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt der Tod von ganz allein. Schauen wir mal. Oh, was ist das denn? Bluuuut. Okay. Kann ich Lichter ausschießen? Nee, schade. Das wäre ja auch zu viel Splinter Cell gewesen. Da pfeift jemand. Da läuft er, der Pfeifer. Die Pfeife. Schöne hawaiianische Musik. Oder was auch immer. Stirb, du Pfeife. Zack. Schön. Uniform, ich bin in Position auf dem Balkon. Ja, weiter. Bin in Position auf dem Balkon. Da unten läuft einer. Mal gucken, was es hier so gibt. Scharfschütze. Warum stellt denn das Ding nicht scharf? Ah. Da hinten läuft einer rum. Wo-oh. Wo ist denn mein Ziel? Der da war es doch, oder? Ich sehe, du hast einen alternativen Plan. Was? Habe ich gar nicht. Ich habe überhaupt keinen alternativen Plan. Da war doch eben noch einer. Hier irgendwo. Oh. Da unten. Da unten. Okay. Das war wohl der letzte. Denn beim letzten gibt es immer, wie wir wissen, die Bullet Cam. Ich weiß nicht, warum ich jetzt plötzlich einen alternativen Plan hatte. Vielleicht, weil ich nicht direkt geschossen habe. Keine Ahnung. Oh, das war laut. Wer baut denn so eine Treppe? Hm. Ich weiß nicht, ob ich nicht mehr so eine Angriffsposition habe. Ich weiß nicht, ob ich nicht mehr so eine Angriffsposition habe. Aber unter schwerer Bewachung. Wir haben keine Bestätigung für Kalalo. Anderson, und du? Quick lebendig. Müsste doppelt so schnell im Observatorium ankommen. 3-2, du hast einen schwer bewachten Posten, etwa 200 Meter nördlich deiner Position. Flankiere ihn am besten von links aus. Roger. Zwei Wachen hier, eine dort und ein Scharfschützer auf dem Dach. Okay. Der atmet ein bisschen schwer. Da pfeift wieder jemand. Ach, noch ein Scharfschütze. Komm her, du... Pfeife. Interessant. Der gut ausgebildete Scharfschütze von heute lässt sich einfach rückwärts... Äh... Ja, umkippen. Sieh zu, dass du ein klares Bild der Lage hast, bevor du etwas unternimmst. Warte mit dem Angriff, bis sie sich aufteilen. Einer Scharfschütze. Da unten die beiden. Noch irgendwo jemand? Ich sehe niemanden. Ihr? Seht ihr noch jemanden? Ich nicht. Ich bin ja auch einfach nur blind. Entweder bin ich blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Erstmal schnapp ich mir den Scharfschützen da oben. Verdammt, daneben geschossen! Oh mein Gott. Das hat aber scheinbar niemand bemerkt. Wo ist der eine? Der da unten rumläuft? Das ist... Dieser schreckliche Scharf hat seinen Scharfschütze von der Scharfschütze von der Scharfschütze, bis er ihm nicht verlassen hat, dass er ihn nicht verlassen hat und er sich nicht verlassen hat. Okay, und jetzt da unten die beiden. Oh Mann. Der hat endlich so eine Granate. Ich versuch's jetzt mit der Granate. Wuhu! Unter Schuss. Keine weiteren Hindernisse entdeckt. Du kannst weiter zum Observatorium. Doch beim Gebäude wird es schwieriger. Logisch. Ich melde mich, sobald ich ankomme. Krass. Den hab ich mal glatt ins Auto reingeschossen. Haha. Geil. Das war geil. Vielleicht gibt's ja noch mehr solche Trickschüsse. Außer die Granaten. Vielleicht kann man noch auf mehrere Sachen draufschießen, das wär echt cool. Ich mag ja möglichst viele Freiheiten im Spiel. Auch wenn die Levels bis jetzt relativ schlauchig sind, aber sie haben trotzdem noch genügend Platz, um irgendwie selbst was zu machen. Bis jetzt zumindest. Warum fliegen die Vögel weg? Ich war da noch gar nicht so nahe. Oh, da hinten kommt jemand. Waaah. Äh, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ah, oh mein Gott. Grünzeug. Versteck mich mal hinter dem Grünzeug da. Oh, oh, oh. Ich hoffe, er hat mich nicht entdeckt. Bin nicht, bin nicht, bin nicht. Ich weiß nicht, Freundin. Das ist ein Ort. Und was mit ihm? Wie? Das ist ein verdammter Dora. Sie hat mir schon blöde. Oh mein Gott. Ist das spannend. Und stoppt dunkel. Hast du überhaupt nicht in Afrika gearbeitet? Nein. Wir haben uns in Nigeria nicht lange nachdem in Nigeria gelegt. Aber das war ein Freund. Ich hoffe, das reicht. Waaah, Hilfe! Weg hier! So, 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 so. Also die Missionen hier sind definitiv auch um einiges länger. Da pfeift wieder jemand. Die Missionen hier sind um einiges länger als die vom ersten Teil. Merke ich so. Tarnung wird schwierig. Eine schwere MG zählt direkt auf den Haupteingang. Uniform. Kannst du uns feindliche Positionen geben. Over. Update eurer Karte jetzt. Mit noch mehr Glück erwischst du die Wache auf dem Dach auf 1 Uhr und wirst dabei nicht entdeckt. Das geht am besten, wenn er sich in der Nähe der rechten Kante befindet. Er ist tot. Weiter durch die Lücke auf der linken Seite. Okay, Blattwerk. Um unerkannt zu bleiben. Okay. Ich meine, es ist auch so dunkel. Ich würde hier nichts sehen. Ich hänge hier schon wieder an einer unsichtbaren Wand fest. Ich kann hier nicht rein. Aber jetzt geht's. Okay. Oh mein Gott. Das ist also das schwere MG hier. Dann lasse ich den mal lieber in Ruhe. Da kommt einer. Leise. Oh, 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 oh. Verdammt. Ich habe Angst. Verdammt. Ähm... Ähm... Nein. Was soll das? Da ist jemand? Ich lege mich mal besser hin. Vielleicht ein Zwiebel. Ich fühle mich etwas sicherer. Warte mal, bis ich dir nicht mehr labern höre. Okay, jetzt aber schnell weg hier. Oha. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Ich bin der rennende Grasbüschel. Du hast hier ein richtiges Talent, Dias. Beschütze ihn. Ja, stell dir vor.